das machen wir noch mal das war fürchterlich alles rund um die nba leute die playoff stehen vor der tür und dementsprechend wird höchste zeit für unsere predictions wir starten heute mit der eastern conference morgen samstag gibt es dann die western conference und dann seid ihr eigentlich ganz gut vorbereitet aber vorneweg vielen vielen dank für abos 11.000 haben es geschafft sensationell neues ziel 15.000 okay ordentlich aber bis zum ende der final schaffen wir auf jeden fall dank euch mit euch also weiter fleißig abonnieren und jetzt starten wir rein wir fangen an mit den philadelphia 76ers nummer eins der eastern conference in der regular season gegen die wizards vielleicht die klassen auf jeden fall eine der klassen serien philadelphia ist logischerweise die beste mannschaft gewesen in der eastern conference mit einem ganz ganz starken record von 49 zu 23 und das obwohl es zahlreiche probleme gab also in der offensive aber eben auch vor allem was verletzt verletzungen angeht mbp kandidat vielleicht der größte neben jokic hat längere zeit gefehlt auch immer außenrum die shooter mal besser in form mal weniger in form mal verletzt mal fit und jetzt pünktlich zum playoff auftakt scheint es zu passen die leute sind fit philadelphia eine überragende defensive hat vom potenzial her auch eine gute offensive mit joel mbid in der mitte in der zone der da dominieren kann mit den shootern außenrum mit ben simmons der das ganze playmaking übernimmt also philadelphia mit einer ganz starken saison aber auch die wizards zum ende hin im endeffekt muss man sagen dass die wizards überhaupt da sind wo sie sind in den playoffs ist eine riesenüberraschung also im februar bei 6 zu 17 gestanden co wird geplagt nix auf die kette bekommen die mannschaft hat nicht funktioniert immer wieder ausfälle gehabt ja und dann durchs plane jetzt gelaufen und das alleine ist ja schon ein erfolg ja das ist auch ein riesen erfolg also sie haben die saison mit 17 zu 6 beendet keine mannschaft hat diese so gut beendet was die letzten 23 spiele angeht wie washington und mit wem hat das zu tun mit russell westbrook also klar bradley biel zweitbester scorer gute schützen außenrum wie bertans und 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 aber was russell westbrook und warum war das dieses jahr so wichtig weil die belastung noch mal ein bisschen größer war was den spielplan angeht und westbrook einer war der von der ersten sekunde an in jedem training voll da war in jedem spiel gas gegeben hat und es bestraft hat wenn andere teams das eben nicht matchen konnten und das war dieses jahr eben sehr sehr häufig der fall westbrook hat eine geile saison gespielt biel auch gut gecoacht von scott brooks hätte ich nicht gedacht insgesamt ein riesen erfolg dass sie das noch gepackt haben also der brody muss man echt sagen immer jemand der einfach polarisiert wo man auch zu recht vielleicht sagt kann ich nichts mit anfangen aber die saison war überragend von ihm und jetzt wollen wir so ein bisschen auf die keys gucken also für beide mannschaften werden auch durchziehen immer gucken was sind stärken schwächen und dann herausarbeiten wie können sie die serie gewinnen wir fangen an mit philly in dem fall keys zu für die serie und es wird wichtig sein dass sie schützen haben rund um im biet der mann in der zone er braucht hilfe er braucht hilfe aber warum ist es trotzdem auch noch wichtig dass die schützen vor allem gut werfen was die letzten 15 spiele angeht fast 40 prozent also sie haben da gute schützen mit tobias harris mit danny green aber vor allem auch mit seth curry im biet wird viel gedoppelt werden weil er im eins gegen eins nicht zu verteidigen ist dadurch dass er gedoppelt wird sind außenrum die schützen frei und wenn sie diese würfe treffen dann können sie im biet vielleicht irgendwann nicht mehr doppeln und dann richtet der da ganz ganz viel unheil an was er auch schon in vielen vielen spielen in der regular season getan hat punkt nummer zwei kontrolle und ich glaube das ist fast das wichtigste du sie sind der klare favorit und wenn sie das ganze ding souverän spielen dann werden sie es gewinnen aber washington ist eine mannschaft die wahnsinnig schnell spielt die versucht aus dieser serie ein unkonventionelles ding zu machen und was braucht philly kontrolle tempo raus das spiel kontrollieren der einfach der klare boss in dieser serie sein und wenn philly das macht dann glaube ich dass es da nichts für washington zu holen gibt wir haben noch einen dritten punkt und das ist ball bewegung der schließt im endeffekt anschließend genau schließt ein bisschen an weil es ist ganz ganz wichtig gegen double teams den ball gut zu bewegen den offenen werfer zu finden oder auch den ball wieder in zeit zu bringen philly hat die spieler dazu vor allem ben simmons philadelphia ist der klare favorit wenn sie das umsetzen dann wird das eine easy serie und auf der anderen seite die will sagt sie müssen genau das tun was du gerade schon angesprochen hast sie müssen irgendwie versuchen chaos zu stiften tempo zu machen rennen 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 da sind wir wieder russell er ist ja genau der mann dafür genau rennen gegen mb tempo gegen mb ein unkonventionelles spiel machen was wir eben auch schon angesprochen hatten und zu guter letzt die frage was ist mit bradley biel wie fit ist der superstar der washington wizards hat probleme hat auch im play in tournament probleme hat einige spiele gefehlt und er wurde immer wieder angegangen von der gegnerischen offensive wie viel kann er dazu auch selbst in der eigenen washington offensiv leisten das ist ein großes fragezeichen aber ich glaube wir sind uns einig dass philadelphia die serie holt vor allem weil du eben noch theoretisch defense gegen im beach spielen musst und sie haben keinen wer hat schon jemanden der das matchen kann also für mich ist ein klar 4 0 ich habe ein 4 1 aber es kann auch ohne probleme in 4 0 geben ich glaube einfach dass washington mit dieser art zu spielen mit dieser energie mit dieser mit diesem convent unkonventionellen spiel vielleicht irgendwie ein spiel holt aber das ist auftakt gleich auch so ein philly ding ja stimmt 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 aber also 4 0 oder 4 1 was anderes ist es nicht also philly werden wir wiedersehen wir machen weiter mit der nummer zwei der eastern conference das waren die brooklyn nets in der regular season und die spielen gegen boston tatum sei dank 50 punkte gegen die wizards gemacht im play in auch das ist eine relativ klare geschichte brooklyn muss man sagen alles außer dem titel wäre irgendwie fast ein flop ja also die mannschaft wurde zusammengestellt um den titel zu holen deshalb hat man eben diese drei superstars harden kairi irving und kevin durant problem bisher was chemistry angeht die drei haben erst acht spiele zusammen bestritten was sehr sehr wenig ist jeder dieser drei spieler hat einige spiele aussetzen müssen kairi personal reasons fiel harden war lange verletzt durant hat auch zwischenzeitlich mal fast zwei monate aussetzen müssen aber jetzt sind sie pünktlich da und brooklyn hat eine historisch gute offensive gespielt also ein offensiv rating und von 117 3 nie war eine mannschaft besser das ist absolut absurd gut defensiv sind probleme da aber ich glaube in gewissen match ups sind diese in den griff zu kriegen unter anderem eben gegen die boston celtics brooklyn ist nicht nur harden irving und kevin durant sondern sie haben auch viele schützen außenrum sie haben sich finde ich sehr sehr intelligent verstärkt und sicherlich klarer favorit in der serie und auf der anderen seite boston ist war eine super schwierige saison viel hin und her nie so richtig den kern auch zusammenhalten können weil verletzte dann hast du auch noch tais abgegeben am deadline den hatten wir mit ihm auch im gespräch die letzte folge klickt noch mal rein und es ist nie so richtig ruhe eingekehrt nie so richtig eine klare linie reingekommen und jetzt natürlich mit jalen brown season aus super schwierig ja also mit jalen brown hätte ich gesagt so in gewissen match ups hätte es dann durchaus ein upset geben können weil die boston celtics sind ja vom individuellen talent her unglaublich camber walker jason tatum und weitere spieler eben jane brown der jetzt verletzt fehlt also da wäre wirklich was möglich gewesen aber jane brown fehlt damit fehlt ein guter verteidiger damit fehlt die zweite option im angriffen er ist die zweite option und nicht camber walker und keine konstanz da gewesen ein ganz ganz großer faktor für mich auch die clutch games die hatten die meisten aller teams in der nba nämlich 43 konnten aber nur 40 prozent von diesen 43 clutch games gewinnen clutch games heißt enges spiel innerhalb der letzten fünf minuten differenz von fünf oder weniger viele spiele bei den celtics aber nur 17 erfolgreiche viel zu wenig auch ein fragezeichen in richtung von brad stevens wenn auch gleich dann gleich gesagt hat da ist nichts dran also er ist nicht auf dem hot seat ganz egal was passieren wird er wird weiter trainer sein ganz schwierige saison für boston lassen sie auf die keys kommen wir haben gerade schon darüber gesprochen die superstars bei den brooklyn nets acht spiele es ist wirklich unfassbar wenig die chemistry wird ganz entscheidend sein also wie kommen die zueinander hast du da zweifel dass das funktioniert habe ich nicht habe ich nicht also offensiv auf gar keinen fall weil unheimlich spielintelligent ich glaube man hat relativ schnell auch schon erkennen können dass da wirklich die ganze geschichte extrem gut funktionieren kann das ist trotzdem ein punkt chemistry vor allem wenn wir dann in richtung defensive gehen was das gesamtkonstrukt angeht in dieser serie wird es aber wird es eine rolle spielen aber ich glaube es wird nicht super entscheidend sein für brooklyn ist einfach wichtig dass sie neben ihren individuellen stärken auch irgendwie ball movement rein kriegen dass sie da eine gute balance haben also die eins gegen eins stärken nutzen gleichzeitig aber den ball bewegen die gegnerische defensive bewegen und zu guter letzt boston hat im endeffekt einen alles überragenden spieler jason tatum wenn sie den halbwegs kontrollieren können wenn der nicht irgendwie 44 42 im schnitt macht dann sollte es für brooklyn klappen und damit sind wir eigentlich schon auch bei den keys für boston tatum muss in dieser serie theoretisch der mvp sein er muss dominieren er muss boston irgendwie alleine tragen und theoretisch da sind wir beim zweiten punkt hat er halt camber aber da habe ich echt meine zweifel ob der wirklich diese rolle spielen kann ganz schwache saison ganz schwache saison in relation zu dem was er zu leisten imstande ist camber walker hat nicht gut gespielt war jetzt im play-in-spiel gegen die washington wizards sehr ordentlich hat er wirklich gut gescored von außen getroffen aber es ist trotzdem großes fragezeichen und wir reden da ich vielleicht holt tatum irgendwie ein spiel mit walker zusammen das kann schon gut sein aber also es wird schon sehr sehr tough werden eine bedingung wir reden ja hier für die keys zum seriensieg eine ganz klare bedingung ist dass brad stevens steve nash auscoacht was passieren kann und ich glaube nicht mal das würde reichen nicht mal diese drei punkte würden reichen gegen diese brooklyn mannschaft und deshalb ist mein tipp in dem fall sogar ein sweep ich habe ihnen ein spiel gegeben vielleicht aus sympathie übrigens ganz kurz noch brad stevens du hast natürlich auf der anderen seite auch noch mal die antoni im hintergrund also bei steve nash muss immer in klammern setzen deswegen glaube ich auch er wird sich das schwer tun dieses coaching duel zu gewinnen trotzdem ein spiel holt camber tatsächlich camber mit tatum aber mehr ist nicht drin wir kommen zu vielleicht engsten serie spannenden serie auf jeden fall die größten namen auch involviert milwaukee gegen miami letztes jahr wir erinnern uns in der bubble haben die heat 4 1 gewonnen gegen die bugs haben sie raus randaliert eigentlich ich glaube aber die bugs sind anders drauf als letztes jahr die bugs ja die bugs sind anders drauf und miami auch aber dazu gleich mehr erstmal zu den bugs haben eine solide saison gespielt so aber die bugs haben es vielleicht verstanden dass es nicht darum geht die beste mannschaft in der regulären saison zu sein wie in den vergangenen zwei jahren wo sie sogar die beste mannschaft der nba waren sondern dass es darum geht in den playoffs hinten raus gut zu sein und darauf alles ausgerichtet auch in dieser saison auch die kader veränderung joe holiday ist dazu gekommen glaube ich ein ganz ganz wichtiger faktor milwaukee hat das potenzial sowohl in der offensive als auch in der defensive spiele zu gewinnen und trotzdem sind da ein paar fragezeichen dabei jannis war wieder super chris mittel hatten hat eine ordentliche saison gespielt joe holiday war die gute verstärkung insgesamt spielern wirklichen sprung gemacht wie die vincenzo und 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 aber abwarten ja und wie du schon sagst es ist so ein bisschen die theorie das hatten wir bei bei den bugs ja immer in den letzten jahren es war immer in der theorie alles richtig gut auf der anderen seite passt es irgendwie auch zu miami weil man sich die ganze saison immer denkt ja aber wenn dann der tag kommt so sie haben keine gute saison gespielt es war auch viel los viele verletzte gehabt und trotzdem irgendwie immer im hinterkopf naja aber die waren ja in den finals so sie haben diesen fast championship charakter und das ist noch immer bei mir im hinterkopf sagen ich verstehe kann ich verstehen es bolstra super coach wird auch ganz bestimmt budenhäuser erneut auscoachen weil es einfach der bessere trainer ist bessere adjustments gerade für eine playoff serie miami hat das potenzial oder sie haben nicht nur das potenzial sondern sie waren defensiv teilweise sehr sehr ordentlich sind dann top ten top ten team auf der anderen seite sind sie was den angriff angeht extrem schwach größtenteils gewesen also butler hat sie tragen müssen genauso wie adebayo es kam zu wenig von hero von tragisch von nann und 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 die sind jetzt allerdings passend pünktlich zu den playoffs deutlich besser in form also die offensive hat sich gesteigert und trotzdem crowder nicht mit dabei dafür risa für mich ein downgrade überragender spieler gewesen für die für die miami heat auf ihrem run in die finals und auf der anderen seite risa der mal funktioniert mal nicht funktioniert aber das ganze entscheidende oladipo ist nicht mit dabei das war die haupt verstärkung oladipo fehlt season out das gibt probleme auf den gang positionen lasst uns zu den keys kommen wir fangen mit milwaukee an und was wichtig wird das war letztes jahr wurde sehr wahnsinnig deutlich gerade in der serie dann sie müssen lösungen finden gegen die defense die defense wird wieder gut sein miami hat einfach eine gute defense bolstra ist da auch der der klare kopf dahinter den ja auch viele lösungen anbietet immer wieder umstellt versucht auch jemanden wie jannis dann verschiedene looks zu geben da müssen sie irgendwie einen plan bekommen dieses jahr genau das war letztes jahr das ganz große problem dass sie einfach schwierigkeiten hatten mit der defensive der miami heat und sports schon angesprochen von dir und auch von mir vorhin das ist jemand der kreativ ist also der verschiedene varianten defensiv aufbieten wird und da braucht es lösungen da ist man glaube ich insgesamt auch mit brin forbes besser jetzt aufgestellt also der mehr spielzeit bekommen die vincenzo und 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 aber mal abwarten das ganz bestimmten punkt dann ein ganz entscheidender faktor in dieser serie wird die pace sein miami pace runter auf der anderen seite milwaukee pace hoch viel viel tempo viel rennen das ist das spiel von milwaukee und der letzte punkt jannis jannis muss endlich spielen wie in der regulären saison jannis muss irgendwie das paket was in der regulären saison immer zeigt auch in die klar ist hin glaubst du ich glaube es auch nicht ich glaube es ist halt die alte geschichte er hat keinen wurf er hat ihn wieder nicht gehabt auch dieses jahr nicht sehr sehr spannend und ich glaube er wird wieder probleme bekommen und dann bekommen auch die bugs probleme weil dann ist genau die frage was macht mittelten was macht du holliday theoretisch ja klar sind es optionen die auch mal ein spiel gewinnen können es ist das alte lied sie müssen es jetzt irgendwie gewuppt bekommen und jetzt kommen wir aber zu den zu den heat keys für die hit du hast gerade schon gesagt sie müssen das tempo drosseln sie müssen irgendwie versuchen die kontrolle zu bekommen klare linie nicht viel eskalation auf der anderen seite nicht viel transition das ist wichtig genau das spiel der bugs zerstören die rollenspieler müssen gut funktionieren also rollenspieler in anführungszeichen teiler hero dragic nan und 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 da gibt es also zahlreiche leute risa deadman adebayo wird funktionieren da bin ich mir sicher aber diese rollenspieler müssen von außen treffen müssen funktionieren und zu guter letzt die miami heat sind immer noch abhängig meist zu viel abhängig von jimmy butler er muss der beste spieler dieser serie sein jimmy butler muss serien mvp werden und wenn er das ist dann traue ich den hitters wirklich gespannt was sagt er was sagt er der vogel 4 3 milwaukee habe ich auch was langweilig ist aber ich glaube sie wäre es wird eine super enge serie du hast gerade beim adebayo angesprochen es gibt niemanden oder fast niemanden in der eastern conference der jannis so gut passt so gut zu ihm passt was die defense angeht und er wird ihm richtig wehtun ich habe für mich der ausschlaggebende punkt warum ich die bugs genommen habe pj tucker den man glaube ich erwähnen sollte der vom mindset her glaube ich ein spieler ist auch ein dog ist der der eigenen mannschaft unheimlich hilft der defensiv viel macht der den corner dreier extrem gut trifft das hat bei mir völlig anders sicht genau darauf genau das ist noch mal ein anderes element genau wie was die bugs dazu bekommen haben coaching nachteil auf jeden fall und mich würde es auch nicht wundern wenn miami die serie gewinnt aber trotzdem vier drei milwaukee die letzte serie der eastern conference nix gegen hawks zwei mannschaften die ewig auf die playoffs gewartet haben hawks seit 2017 nix seit 2013 und wir haben ja schon über die nix gesprochen in den letzten wochen ist es einfach unfassbar was die abgerissen haben heimvorteil jetzt auch noch es ist einfach eine riesengroße cinderella story also die serie ist geil also ich will einen menschen erleben der diese serie vor der vor der saison getippt hat vor allem vier gegen fünf obwohl wenn vier gegen fünf weil weiter oben wird in der mannschaft nicht sein aber das ist schon wahnsinn new york du sagst es unfassbar letztes jahr 32 prozent der spiele gewonnen dieses jahr 57 prozent der spiele gewonnen insgesamt 41 siege bei 31 niederlagen also da haben sie sich unheimlich steigern können culture plötzlich bei den new york nix da tom thibodeau eine super verteidigungsmannschaft verteidigen den dreier am besten verteidigen die würfe aus dem feld am besten und jetzt kommt was dazu sie waren offensiv die ganze zeit schwach und auf einmal sind sie offensiv richtig ordentlich und woran liegt es weil sie den dreier extrem gut treffen in den letzten 15 spiel über 43 prozent von außen absolut elitär leute wie barrett der den dreier unglaublich trifft bullock und 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 also wirklich gute spiele was das werfen angeht und das an der seite vom eigentlichen mvp dieser mannschaft judas werden natürlich sehr hilfreich auf der anderen seite auch so ein bisschen comeback season eigentlich für die hawks gewesen ähnlich wie bei den wizards super schlecht unterwegs gewesen unter leute pierce im februar bei 14 zu 20 gestanden dann kommt nate mcmillen gewinnt erstmal acht spiel in folge 27 11 seitdem und auch danach ja super erfolgreich gewesen so eine mannschaft die sich immer mehr in richtung playoffs gefunden hat was natürlich super gefährlich macht also die hawks waren ja schon immer irgendwie eine mannschaft die interessant gespielt hat attraktiv gespielt hat mit young der den dreier von der mittellinie übertrieben aber von sehr weit draußen mit einem collins der sensationelle dunks hat mit vielen jungen spielern dazu für uns interessant dieser europe basketball auch mit bogdanovic mit gallinari aber es war nicht seriös also es war das war attraktiver basketball aber hat am ende keine ergebnisse gebracht und genau diese seriösität die jetzt nicht mcmillen in die mannschaft gebracht der alte fuchs hat da richtig was installieren können und jetzt mal schauen wie es in den playoffs abgeht also ich bin wirklich sehr gespannt gallinari bogdanovic überragender form capelle funktioniert super collins absolut in ordnung tiefes team muss man auch sagen wenig verletzungsprobleme sieht gut aus lass uns über die keys sprechen die nix du hast gerade schon angesprochen das shooting war super wichtig in den letzten wochen das müssen sie natürlich irgendwie am leben halten weil sich die verteidigung auf randall konzentriert der aber eben diese passqualitäten hat und diese offenen würfe heraus spielt deshalb shooting genau wir haben zwei stars auf jeder seite ein young randall beide übrigens noch nie in den playoffs gestanden also wird auch sehr spannend wie reagieren die beiden drauf und randall muss das wird sich wiederholen spoiler alert haben wir immer mal wieder in serien er musste er muss der serienmvp er muss der beste spieler dieser serie sein das ist zwingend notwendig für einen erfolg der new york nix ein ganz interessanter punkt also meiner meinung nach wo der vorteil der nix in der saison lag wir haben es bei den washington wizards vorhin schon angesprochen liegt darin dass sie einfach vollgas geben dass sie härter spielen als der gegner atlanta ist insgesamt als team talentierte aber die nirg nix spielen härter und da bin ich gespannt ob sie das jetzt noch ob das weiterhin noch ein vorteil sein kann also ob sie immer noch physischer spielen ob sie immer noch härter intensität steigert sich ja normalerweise in allen teams ob sie da genau immer noch den schritt voraus sind und dann capella er wird in dem sinne faktor sein weil er der ist der da unterm korb die dominanz wahrscheinlich wer für sich gepachtet hat ja ganz theoretisch genau atlanta ist eine gute verteidigung eine ordentliche verteidigungsmannschaft mit capella auf dem feld geht capella runter haben sie große probleme deshalb wir sind immer noch bei den schlüsseln für die new york nix es ist ein schlüssel für die nicke bockers capella in faul trouble zu bringen weil in dem moment wo sie in den faul trouble bringen haben sie nicht mehr diese rim protection die eben capella darstellt nicht mehr diesen guten pick and roll verteidiger also das sind unsere schlüssel für die new york nix und wenn wir dann zu den hawks übergehen ja fast schon logisch genau der beste spieler dieser serie sein ich glaube das ist bedingung wir haben über die physis gesprochen da dagegen halten aggressiv sein und zu guter letzt noch was haben wir das ist aufgeschrieben sie müssen irgendwie versuchen den dreier zu verteidigen der eben bei den nix in letzter zeit vor allem richtig gut war atlanta probleme mit der defense und ich glaube das wird auch das hauptproblem sein ich bin mir nicht sicher ob sie es defensiv playoff tauglich hinbekommen bin ich ganz ehrlich ja ich bin mir auch nicht sicher also sie haben sich steigern können unter nate mcmillen aber das wird ein faktor sein wir haben über die nix stärke von draußen gesprochen dass atlanta das halbwegs in schach halten kann dann fehlt nur noch prediction vier zu drei für die new york nix ich sag vier zwei für die nix gewinnen also spiel 6 in atlanta selbstreden und damit hallo und damit schließen wir die eastern conference previews morgen am samstag gibt es an die western conference euch ein schönes wochenende